Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Es ist schon ein Weilchen her, seit wir hier die Türme fertig gebaut haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr die alle fünf Türme gesehen habt, aber wir haben sie nun. Und heute wollen wir uns um die blaue Linie hier unten kümmern, denn wir müssen die Türme mit einer Mauer verbinden. Und was ich eben feststelle, ist, dass unser kürzester Turm hier auf dieser Seite einen Block höher steht als der Rest der Türme. Wahrscheinlich. Zumindest als dieser. Aber das sollte kein allzu großes Problem sein. Was wir machen müssen ist, hier werden wir bis ganz an den Turm rangehen mit der Mauer. Und dann wahrscheinlich da oben auch etwas entfernen. Und der erste Schritt, denke ich, wird einfach mal sein, hier eine Mauer zwischen den Türmen zu platzieren. Und dann vielleicht schon mit der richtigen Blockpalette. Und dann haben wir die Dimensionen für die Mauer. Und dann können wir an den Feinheiten arbeiten. Ich denke, das wird es tun für den Grundtenor der Wand. Wir haben Deep Slate Bricks. Dann haben wir die Tiles. Und zwischendrin auch ein paar von der gekrackten Variante. Und hier ziemlich in der Mitte haben wir ein Tor. Und alles was... Der nächste Schritt ist nun Detailarbeit. Und hier müssen wir vor allem mal am Tor arbeiten. Aber ich denke auch, die Wände, die brauchen etwas, das poppt. Und ich denke, da werden wir uns der gleichen Blockpalette wie hier bedienen. Und plus etwas mehr. Wir haben roten Nether Brick. Nether Rack passt auch ganz gut hier zusammen. Haben wir bisher noch nicht verwendet. Dann die roten Nether Ward Blöcke. Und die Mangrove Logs, die gestrippte Variante, das sieht ganz gut aus in Verbindung mit Nether Rack. Ich denke, das ist das Erste, was ich machen werde. Und dann hier unten, das Tor, das braucht auch einen Untergrund, dass wir da rüberlaufen können. Und ich denke, das können wir so machen. Und vielleicht ist das dann auch quasi hier der Torrahmen, der rundherum geht. Aber eins nach dem anderen. Wir nehmen es heute etwas langsamer als sonst. Das gibt auch schon etwas mehr Struktur rein. Und auch hier mit dem Tor, das habe ich hier auf beiden Seiten etwas verbreitert. Und damit wir einen etwas runderen Eindruck bekommen, hier oben mit Treppen. Was uns noch fehlt, denke ich, etwas mehr Details, vielleicht so mit Wallblöcken in den Ecken. Und vielleicht links und rechts eine Säule, die bis ganz nach oben geht, um dem Ganzen einen solideren Eindruck zu verschaffen. Und oben brauchen wir auch etwas wie einen Wehrgang, denn das Ganze sieht etwas dünn aus. Und da oben, denke ich, da können wir doch etwas mit Treppen machen, die wir dann hier nach vorne legen. Und dann können wir unter den Treppen entweder Treppen oder Slabs haben, um dem Ganzen auch da oben etwas Struktur zu verleihen. Die Brüstung hier oben sieht etwas besser aus, aber sie ist mir noch etwas zu wenig hoch. Darum denke ich, vielleicht, wenn wir da noch etwas Wallblöcken nachhelfen. Und auf diesen Wallblöcken können wir dann vielleicht auch Laternen oder Kerzen platzieren, denn die Fackeln hier hinten sind temporär. Und hier unten haben wir zwei Säulen, die bis ganz nach oben gehen. Die sehen noch etwas zu fade aus. Und da müssen wir mal überlegen, was wir da machen können. Aber das Tor an sich sieht ganz gut aus, insbesondere hier mit den Blackstone Wallblöcken hier auf der Seite. Die quasi schön mit diesen allein sind, sodass wir zwischen der Säule zwei Blöcke auf jeder Seite haben, bis wir zu den Wallblöcken kommen. Und hier müssen wir auch irgendwann etwas dagegen tun. Aber ich denke, das erledigen wir, wenn wir dann effektiv die ganze Höhle etwas terraformen. Hier, was mir da noch vorschreibt, ist so wie ein Gitterrost, der da von oben runter kommt. Und vielleicht ein paar Buttons hier entlang der Säule könnte dem Ganzen den nötigen Feinschliff verleihen. Was wir bisher erreicht haben, damit bin ich ziemlich zufrieden. Und ich denke, hier mit diesen Fackelnhaltern können wir etwas Licht da reinbringen, ohne dass es völlig missplatziert aussieht. Und hier oben, darauf bin ich ganz stolz, unser Gitter zweifarbig mit dunkel weiter oben und dann eine hellere Schattierung hier unten. Und das soll etwas den Schatten wiedergeben, den wir da ganz oben haben. Da kommt nicht so viel Licht rein, darum etwas dunkler. Was uns jetzt noch fehlt, ist hier in der Mitte was, vielleicht ein Dach da drüber. Das könnte gut kommen. Ich probiere da mal was aus. Und hoffentlich können wir dann diese erste Seite mit dem Tor, was sicherlich die komplexeste ist, von der ganzen Struktur her, als fertig betrachten. Ja, ich glaube mit diesem Vordach haben wir einen Säger für diese Seite. Und das heißt, jetzt muss ich das Ganze nur noch viermal replizieren. Ohne die Tür, ohne das Tor, sollte etwas einfacher sein, aber das heißt dann halt auch, dass wir hier in der Mitte einen etwas großen Raum haben mit nur Mauer. Darum denke ich, werden wir hier in der Mitte nochmals eine Säule haben. Und was natürlich auch anders ist, die vier anderen Seiten, die sind nicht gerade, sondern die sind auf einer Diagonale. Und das kann auch etwas zusätzliche Schwierigkeit mit sich bringen. Aber ich denke, nachdem ich diese Mauer geschafft habe, sollte ich auch die anderen vier hinbekommen. Ich habe die restlichen vier Wände nun auch gezogen und für eine bessere Sichtbarkeit habe ich auch ein Night Vision Potion gesoffen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch die roten Flecken darin platziert. Der nächste Schritt ist dann hier oben der Wehrgang. Und da sehe ich zwei Varianten, wie wir das machen können. Entweder, da wo wir eine Diagonale haben, enden wir mit so einer eckigen Treppe, die ums Eck geht. Oder wir machen das so und ziehen die eckige Treppe, nicht die treppige Ecke, eins vor, sodass das Ganze etwas breiter wird. Und wir müssen auch bedenken, dass wir auf die Treppen dann ja noch eine Mauer setzen wollen. Und die Mauer soll sich natürlich verbinden. Und das könnte etwas schwierig werden bei diesem Ansatz. Hier sollten wir keine Probleme haben. Allerdings, was mich hier ein bisschen stört, ist, dass der Vorsprung dann etwas zu sehr rausragt. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Gut, ich denke, ich kann den Wehrgang oben fertig machen. Und das, was uns dann noch fehlt, sind hier die vertikalen Stützen und das Gedingsel unter den Treppen durch. Und dann müssen wir mal schauen, brauchen wir noch mehr Dekoration auf der Seite oder ist das detailliert genug. Ich glaube, das ist ganz ansehlich ausgekommen. Und ich habe hier oben mich für die zweite Variante entschieden, wo wir mit der Balustrade 1 rausgehen. Denn das hilft hier mit den Säulen auch. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist, hier in der mittleren Säule, da haben wir dann drei Seiten, die frei stehen. Aber bei den meisten anderen sind es einfach nur zwei. Und zum Beispiel hier hätten wir die Säule auch eins nach vorne nehmen können. Aber das würde dann auch irgendwie die Struktur schwächen. Denn dann wäre die Säule hier quasi diagonal und hätte keine feste Verbindung zur Mauer an sich. Und alle Seitenmauern haben nun drei von diesen Säulen, längs und rechts eine. Und dann die mittlere ist in der Mitte von den beiden platziert, sodass das Ganze in etwa schön aufgeht. Und hier auf dieser Seite, die Seite sieht etwas zusammengedrückt aus, weil sie ist auf einer stärkeren Diagonale als die da. Aber darum sehen hier auch die Säulen etwas zusammengequetscht aus. Aber ich denke, das wird es sein für die Mauern. Und hier haben wir noch einiges vor, bis wir fertig sind. Aber zumindest das Grundgerüst von unserem Palast sollte fertig sein. Und alles, was hier noch bleibt zu tun, ist etwas Umgebungsarbeit, einen schönen Boden einziehen. Und dann diese grässliche, rechteckige Höhle in etwas Natürlicheres verwandeln. Das machen wir in einer weiteren Folge. Also, bis dann und tschüss.